Hallo und zurück im Darkest Dungeon. Ja, ist immer so blöd mit dem Schnitt hier. Ich mach's lieber ein bisschen länger, als davor zu schneiden. Und dann weiß ich nicht mehr, was ich gemacht hab und was nicht. Wenn ich dann wieder losleg. Deswegen aufbrechen. Da weiß ich, ich kann aufbrechen. Du willst mit, mein Freund. Von mir aus. Hab ich nix dagegen. Du gehst auch mit. Du gehst auch mit. Ja, jetzt kommst du drauf an. Nehmen wir Max mit. Oder Phantom. Ach ne, wir haben noch Max schon drin. Entschuldigung. Ja, ist gut. Ich versteh's hier. So, wir hätten hier eine mittlere. Wär vielleicht ganz gut. Was ist eigentlich das hier? Total die schweren. Neu, neu. Meereshöhle. Schließe Hunde. Was sind alle kurz. Was ist denn das hier? Mittel. Veteran. Ne, ne, ne. Im Labyrinth könnte man mal wieder ein bisschen umherspriesen. Was haben wir denn? Was haben wir denn? Oh. Ach, Bestdoktorin. Ja, das will ich. Für unsere Bestdoktorin. Für unsere Bestdoktorin. Sehr schön. Auf alle Fälle. Hier haben wir ein Lagerblatt sogar. Bäh. Dann könnte es ein bisschen schwieriger werden. Nehmen wir zwei Blutungen mit. Mh. Ein Schlüssel könnte reichen. Nehmen wir noch ein Gift mit. Ne, die eine kann doch jetzt Gift teilen, oder? Ich bin mir nicht sicher, ob wir hier genug Nahrung mitnehmen. Ähm. Nehmen wir zwei Schafeln mit. Ich habe keine Ahnung. Mh. Was brauchen wir noch? Achso, Fackeln. Das sind das letzte Mal ein bisschen knapp geworden, ne? Oh, ich habe gar nicht aufgepasst hier. Uh. Wow. So kurz ist es nicht hier, ne? Ist etwas Längeres. So. Los geht's. Freunde der Nacht. Eine Karte. Aha. Ein kritischer Erfolg beim Erkunden offenbart gelegenlich ein Geheimraum. Schön. Was ist denn jetzt los? Achso, jetzt ist alles aufgedeckt. Juhu. Juppe-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du. Oh. Wieso sehe ich die Fallen? Ich glaube nicht. Mist. So, jetzt sind wir hier unten, ne? Dann gehen wir mal hier rüber. Da scheint noch kein Kampf zu sein. So, und passt jetzt ein bisschen der Fallen auf. Da ist zum Beispiel einer. Seht ihr das nicht, oder was? Müsst ihr ein bisschen hier runter schauen. Das ist ja nix. So, ihr müsst vor allen Dingen auch mal ein bisschen hier rauf schauen. Da reichen unsere Fackeln ja nicht hinten und nicht vorne, wenn wir keine hier finden. Äh, oh, ja. Mist. Es blutet schon. Ja, wir lassen immer Blut. Ich, ich kann die Blutung nicht stellen. Und es stresst dich jetzt, oder was? Stress dich jetzt echt jetzt so sehr. Alter, weiche Eier hier. Bisschen Blutung da. Oder? Ja, das... War ja... Echt nix. Das war ja wieder nix. Es hat uns nur... Das kostet uns nur Fackeln. Um ehrlich zu sein. So, weiter geht's. Au. Super. Könntet ihr? Wieso atme es denn du schon wieder schwer? Soll der bisschen... Stress lindern vorgehen. Das... Des Feuers Opfer ist das Tor zum Verderben. Nutze die Macht der Fackel. Und jetzt... Die Schmerz hält die Dominion. Schmerz als Tod. Au. Au. Ich will ja nix hören, aber... Au. Oh Gott. Was macht denn... Was machst du denn eigentlich hier? Betäuben. Aber ich glaube kaum, dass der sich... Oh. 100%. Juhu. Juppitubitu. Mitten ins Auge rein. Hai, jai, jai und dai. Was haben wir denn hier eigentlich? Ach ja. Das mach mal. Siehe da. Das unschieffere Feuer. Jo. Warte, wir gehen mal eins zurück. Subi. Gleich drei hat's erwischt. Oh, kritisch. Das... Ich glaube, hier werden wir... Alles verlieren, was wir haben, oder? Wenn ich das so sehe. Okay. Aber wir werden vor allen Dingen gestresst sein bis zum Ende. Wir werden hier noch nicht mal weiterkommen. Ist meine Meinung. So, der blutet still vor sich hin. Tja, ich versuche mein Bestes. Aber es ist alles nicht so einfach. So, dann... Du... Recht noch nicht? Leider. Tja, 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 tja. Hm. Huuu. Huuu. Nein. Ist zu dunkel, ne? So, ein kleiner Hoffnungsschimmer für die Truppe, die hier röchelnd vor sich hin... vor sich hin schmort. Präzision. Aber nicht schlecht. Der war immerhin nicht schlecht. Hahaha. Die Geister, die ich rufe. Waaah. Das ist... Ich sag euch mal eins. Das kann nicht gut gehen. Oder? Das wird doch nicht gut. Das kann nicht gut gehen. Das ist... Das ist einfach nicht möglich, dass es gut geht. Hm... Ein dämonisches Zerren. Gegen Scheuss. Ich hab gedacht, es ist ein Scheuss, aber es scheint kein zu sein. Ich hätte lieber heilen sollen, ne? Suche terrible assault cannot be left unanswered. Hm. Ich verstehe. Oh, Entschlossenheit. Mächtig. Irrgeruch von Blut und Angst. Geht mit einer Brise einher. Ich komm hier zu gar nichts mehr, oder? Schuh. Voll aufgerüstet, die Jungs. Ich werde ihn vernichten. Du solltest davon erst mal... Juhu. Klappt hervorragend. Hervorragend. Es zerfrisst mich. Ich weiß. Fünf bis neun? Hm. Nee. Mach mal. Wow. Der war nicht schön. Echt blöd. Und weiter geht's. Gift ohne Ende. Ohne Ende. So viel Gift hätte ich gar nicht hier. Da bräuchte man so eine Entgiftung. Oh, wir haben sowas von sterben? Könne ich mich als ein Kampf zurückziehen? Wir sterben doch, oder? Wenn ich das so sehe hier. Will nix sagen, oder? Ich bin der Meinung, wir sterben. Wir müssen uns als ein Kampf zurückziehen, ehe wir hier alles verlieren. Sag mal, hatte da nicht jemand irgendeine Giftheilung? Ach, der muss dann eins zurück, ne? Wah. 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 Wah, wah, wah. Wah. Super, jetzt ist er tot. Ich glaube, wir sollten uns wirklich hier zurückziehen. Es hat keinen Sinn. Tja, nützt nix. Hier können wir nicht weiter. Das war ein klein wenig zu viel, das Gute. Oh, vor allen Dingen, wir haben ja, wir haben ein Problem. Seht ihr das? Obwohl, wir haben ein bisschen was, haben wir trotzdem bekommen, ne? Das war echt keine gute Mission. So, die hat schon mal Minus 10 gegen Blut. Super. Der. Oh, 15% Stressschorden gegen Unheilig. Plus 10% der Verkunden im Wald. Okay. Minus Wut, äh. Blutkrankheit hat er auch noch bekommen. Unser Maxi. Den müssen wir noch umbenennen übrigens. Besessen von Selbstverirrung. Oh, in Ruin dürfen wir den gar nicht reinschicken. Fernkampffähigkeit, okay. Wow. So, eine Suchende Boborin und Naro. Das ist eigentlich alles nix anstimmig. Wir haben nur 1000. Oh Gott. Äh, nee, wartet mal. Hier. Hm, wir müssten das eigentlich verkaufen, oder? Eigentlich schon, ne? Na, wir müssen es verkaufen, weil... Wir haben wirklich... Wir haben ein Problem. Wartet mal, oder... Wartet mal, ich hab doch noch... Äh, wartet... Wartet mal, ich hab doch noch... So, das lassen wir ihm. Das kommt weg. Ähm, das kommt weg. Ähm... Ja, das weiß ich nicht. Das sag ich dir ganz ehrlich. Das weiß ich jetzt... Äh, minus verbrauchte Nahrung. Aber... Aber... Schaut mal hin, was der im Ausweichen. Deswegen kriegt der immer so viel auf die Mütze, oder? Trotzdem noch rot, na? Wahrscheinlich hier hat das was mit zu tun. Hm. Und meine... Ja, Freundin, die hat gar nichts. Okay, dann kann ich jetzt... Ein bisschen... Vielleicht brauche ich ein bisschen. Das nützt ja nichts. Versteht ihr? So, das lassen wir mal hier. Was ist das? Kopfgeld hier, haben wir nicht. Ich hätte so gerne... Diese Questbelohnung für unseren Phantom-Doktor... Oder unsere Doktorin erhalten. Aber die gönnen uns echt nicht viel, ne? So, Maxi-Boy. Zack. Da war ja nix, ne? Ich hab's, glaube ich, schon fünfmal ja. So. Phantom. Ähm... Phantom. Könnte hier rein, oder? Geh mal hier in die Meditation-Kammer. Ah, Moment. Ah, jetzt fehlt uns wieder einer. Oh, Mann. Oh, Mann. Gibt's ja wohl nicht, oder? Verrückt. So, Joanna nehmen wir ja mit. Warte mal, wer hat er noch? Ach, der hier, ja. Was kannst du? Ach, hier geht gar nix. Mhm. Geht eben in die Taverne irgendwas? Spielhalle, ne? Jipp. Okay. So, weil... Ja, ich kann nix mehr. Ich muss euch hier... Oh, wartet mal. Eins, zwei, drei, vier. Oh, ich muss Valkyria mitnehmen. Oh, ich muss die Valkyria mitnehmen. Das ist schlecht. Wir waren doch nur im Wald, oder wo, oder? Wo waren wir denn? Im Labyrinth, ne? Aber der war doch nur... Hat er nicht dort gestanden? Kurz und... Und... Schleppel und... Wald ist kurz. Und was bekommen wir? Ist doch schön hier, oder? Kopfgeldjäger. Wir haben noch einen Kopfgeldjäger. Ist denn hier auch eine Kopfgeldjäger? Naja. Wir müssen, können sowieso nix machen. Hier, Alrek. Mhm. Joanna. Und Grey Wolf. Und jetzt, das muss natürlich... Das darf jetzt nicht im Chaos enden, ne? Ansonsten, wir brauchen unbedingt Gold. Wow. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Das ist so... Das ist ja richtig schwierig. Ich finde es richtig herausfordernd. So. Ja, wir müssen auch mal das hier einsetzen, zum Beispiel. Ähm, jetzt... Wir können gar nicht so viel mitnehmen. Wir nehmen erst mal mit Fockeln. Uh, uh, uh. Wir nehmen erst mal mit Essen. Uh, uh, uh. Uh, uh, uh. Uh, 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 uh. Fockel. Fockel. Okay. Bandage. Okay. Schlüssel. Okay. Wow. Oh, w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w. Uh. Corruption has soaked the soil, sapping all good light from these groves. Let us burn out this evil. Yep. Let us burn out this evil. Äh, vielleicht dieses geflohen. Ein Schloss ist dran befestigt. Nöt. Nöt. Das muss jetzt hier klappen, sag ich euch. Ach so, du bist ja wieder der Idiot. Ne. Ja. Oder? Ja. Das müssen wir unbedingt wegbekommen. Aber wir haben gar kein Geld für irgendwas, mein Freund. Ich würde es jetzt gerne weg. Aber, uah. Schon ein bisschen Schreck bekommen. Ähm. Jo, haut drauf. Was ist Zeug hält? Auf alle Fälle. Was ist denn du eigentlich hier? Blendendes Licht. Eins bis drei. Ist nicht die Welt, ne? Göttlicher Träume. Jo, was soll's. Besser als nix. Unbetäubt. So. Klappt hervorragend. Wartet. Perfekt. Waren wir irgendwie in einem falschen Gebiet? Habe ich mich verklickt? Kann sein. Also, das passiert mir manchmal. Ei. Was kommt denn hier an? Hm. Hm. Wir nehmen den Hinderern. Äh. Ja, jetzt könnten wir durch den... Ne, könnten wir nicht. So. Ja, pass auf. Juhu. Ein. Die müssen mal aufgerüstet werden. Die müssen mal aufgerüstet werden. Ähm, mein Freund. Betäuben wir mal dich. Vielleicht betäuben wir einfach zu wenig, oder? Man weiß es nicht. Aber die werden immer so gestärkt hier. Und das ist doch auch nicht schön. Nein! Ah, die ist schon wieder hinüber. Mist. Wir haben noch gar nicht angefangen. Da ist die schon hinüber. Finde ich nicht schön. Die ist jetzt schon total gestresst, ne? Die ist echt... Wirklich... Ist wirklich schade irgendwie ein bisschen, ne? Ähm, ja. Auf alle Fälle. So, was machst du mit dem da hinten? Nett. Nett. Die blutet vor sich hin. Ja. Schon. Allerdings. Jetzt müssen wir mal heilen, auf alle Fälle. Mach mal eine Gruppe... Ne, wir machen keine Gruppe. Was bist du da vorne? Was willst du denn da vorne? Hör doch auf, wie du da bist. Was machen wir? Was sind das überhaupt hier? Fernkampf? Was für die Föckel? Traumhaft, oder? Der ist echt übel hier. Wirklich übel bist du. Was mit dir? Du musst eins nach vorne. Nach vorne. Ah, ja. Wie viel willst du denn noch Schaden bekommen? So, jetzt wollen wir erst mal Schaden wieder. Äh, Heilung. Ah, drei. Drei ist ein bisschen wenig, meine Freundin. So, jetzt bist du dran. Also, die Kämpfe sind ordentlich schwer. Diese nightmarish Kreaturen können nicht befeuert. Sie können nicht befeuert werden. Okay, nächstes, nächstes, nächster Raum. Warte, behalte. Wir müssen, nee, ja. Wir müssen die, nee, nee. Ähm. Ähm. Okay. Warte mal, wir machen mal. Vielleicht hilft's ja was. Man weiß es ja nicht, ne? So, weiter geht's. Ich weiß noch nicht. Ich weiß noch nicht, meine Freundin. Ach, du bist jetzt wieder... Ich wollte es noch ein bisschen aufheben. Ah! Mist. Ist echt giftet. Oh, ho, 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 ho. Die macht einen, also... Wirklich? Ist nicht schön. So. Das ist nicht schön, was du treibst. Ähm. Hier ist ein Kämpfchen. Kämpfchen. Verflucht. Noch eins. Nichts wertvolles. Mist. Oh. Manchmal greift man schon ein bisschen ein Schreck, oder? So, ähm. Du... Du... Könntest dich selbst... Wäre aber... Quatsch. Ah, wenn er mal. Wenn er... Ach so, wir haben völlig vergessen hier oben. Habt ihr es gesehen? Wir haben vergessen. Stresslevel. Ah, das ist immer was, wo wir vergessen. Das ist doof. So. Ähm. Wir haben... Wir haben... Wir haben irgendwie auch zu wenig. Und zu wenig Fackeln irgendwie. Aber es ist nur so ein kurzes... Soll ich mich jetzt trotzdem mal heilen? Joana muss auf alle Fälle heilen. Danke. Kann ruhig noch ein bisschen mehr sein. So, jetzt... Der hier ist hinunter. Nett. Und dann machst du... Den Rest. Immer hier. A victory is a victory. Totem. Ach so. Was bist du ein? Wildact? Oh, oh. Von mir aus. Zwei... Was ist denn das für Haus hier? So. Wäre natürlich cool, wenn wir dann so ein Haus mal... Irgendwie erforschen könnten. Das wäre toll. Ah. Ja. 250. Ist nicht die Welt. Jo. Jo. Die sind in Ordnung. Müssten wir eigentlich mit zurechtkommen. Wenn der... Wenn der nicht verfehlt. Ne? Schön. Das hat sich gelohnt. Schaffst du den gelohnt? Danke. Das hat das Stresslevel echt abgebaut. Und du? Danke. Bisschen Stresslevel abgebaut. Remind yourself, that overconfidence is a slow and insidious killer. Wir haben keinerlei... Wir haben keinerlei Schlüssel übrigens. Ja, hätten wir hier überhaupt ein... Ist es ein Schloss dran? Heißt... Das ist ein Schloss dran. Das heißt noch nicht, dass es verschlossen ist, oder? Hm. Wie es aussieht. Jetzt habe ich... Irgendwie falsch... Der... Acht. Okay. Oh, man. Oh, man. Was mache ich in meiner... In meiner... In meiner... Angst. Oh, nein. Du müsstest... Du hättest... Ah, Mist. Ja, nu? Eins bis drei. Eins bis zwei. Ah, klar. Hm. Jetzt blutet unser Freund sich aus hier. Der ist gezeichnet. Mist. Der war nicht schlecht, aber... Schaut mal hin. Die haben wahnsinnig viel. Warte mal. Wir müssen trotzdem mal... Zumindestens... Oder? Ein. Okay. So, wir könnten uns jetzt selbst heilen. Nee, das machen wir nicht. Ziehen bis acht. Oh, man. Schaffen wir überhaupt nichts. Blutung war gut. Oh, da könntest du gleich nochmal. Mist, 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 Mist. So, wir probieren es nochmal. Lass dich einfach heilen von unserer Heilerin. Hm. Ich würde gern dem trotzdem Bandagen geben. Versteht ihr? Oh, nein. Ah, nein. Hat der sich widersetzt, ne? Und die blutet natürlich vor sich hin. Wird wahrscheinlich umkommen, ne? Unsere Barbarung... ...werden wir wahrscheinlich... ...werden wir wahrscheinlich nicht wiedersehen. Ah, das war gut. Das war gut! Oh, ja. Oh, ja, ja, ja. Ah, alles, was ihr widersetzt, ist toll. Ich glaube, jetzt sollten wir trotzdem mal einsetzen den Hunde-Knochen. Ja. So, passt auf. Perfekt. Das war gut. Der Einsatz war sehr gut, sogar. Ähm, ja, probier nochmal die davon, ne? Ja, klar. Ja, dann mach mal eine Gruppenheilung. Ja, zwei wären auch mal schön gewesen. Oder drei, oder whatever. So, jetzt haben wir noch die zwei dahinten. Ja, jetzt haben wir nur noch einen. Ja, ich weiß, dass du blutest. Ja, ich weiß, dass... ...wenn ich was weiß, dann weiß ich das. Ich hab wohl nix mehr. Du könntest langsam mit Bluten aufhören. Das wär mir echt recht. So, weiter geht's. Äh, das hätte noch ein bisschen mehr sein können. So, du machst weiter, ne? Auch wenn du geschwächt wirst. Warte mal, ich muss trotzdem mal eine kleine Kampfheilung. Und du heilst auch. Äh... ...unnerved, unbalanced. Und jetzt... ...zu schön. Einfach zu schön, oder? ...wollen wir raus, oder wollen wir weiter? Komm, wir gehen mal weiter, bis Abenteuer fortsetzen. Wer weiß, ne? Wer weiß. Wir können ja dann jede Zeit die Quest abschließen, oder? Hoffe ich. Äh, ja. Nichts mehr etwas. Okay. Ja, du wirst uns wegsterben, oder? Hoffentlich nicht. Na, wenn der uns wegstirbt hier. Gift. Gegen Gift. Ich hab keins. Ich... ...will der's... ...sag's nicht gerne. Äh, wartet mal. Gut. Äh, ich hab keins. Nützt ja nix. So, wir gehen weiter runter. Wir müssen hier noch ein bisschen drin bleiben. Auf... Halt, wartet mal. Wie sieht's aus, oder? Dann können wir. So, machen wir noch ein bisschen hier auf die Maus. So, und gehen dann hier hinten raus. Okay. So, und jetzt... Jetzt können wir weiter nach unten. Aha. Ja, ja. Können wir grad so. Ach, hier bekommen wir noch eine Fackel, oder? Nett. Nett. Natürlich nehmen wir die Fackel. So, klar. Wartet mal hier. Das könnte... Ich hab' ich grad gemerkt. Das könnte eventuell... ...was zum Entschärfen sein. Mhm. Nett. Schön. So, und dann... ...the last. Der letzte Raum. Da kommen wir jetzt noch die großen Schätze. Ach so, halt, wartet. Oh, ah. Ah, jetzt müssen wir noch mal hier. Nature herself. A victim to the spreading corruption. G, 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 G. Malforned with Miss intent. Ah, komm. Das ist so christisch wieder. Mhm. Und, weiter geht's. Was? Das ist... Deswegen bin ich noch mal hier rein. Deswegen... Es geht nicht weiter. Nee. The agents of pestilence will yet be driven from our woods. Na, immerhin. Das sieht doch nach Schätzen aus, ne? Das war mal erfolgreich. Wird auch wieder Zeit, ne? Also, wir hätten uns keinen Fehlschlag mehr... Alle... Oh, diese... Aha. Nett. Plus 100% verbrauchte Nahrung. Was bedeutet denn das? Bandwurm. Ist nicht schön, oder? Robust, okay. Intensives Verlangen nach Alkohol. Von mir aus. All my life, I could feel an insistent gnawing in the back of my mind. It was a yearning. A thirst for discovery, that could be neither numbed nor sated. Was ist mit ihm? Wieso steht da ein Fragezeichen? Mir geht das gut hier aufzufragen, wenn da ein Fragezeichen steht. Moment. Wo? Wo ist denn der? Der ist auch noch nicht durch. Der trinkt hier. Weiter. Was ist denn mit dir? Das weiß niemand. Fragezeichen. Was ist denn los mit dir? Jetzt haben wir nur noch... Oh Gott. Wir brauchen, glaube ich, einen neuen hier. Einen Okkultisten. Ja, aber eigentlich nicht. Eigentlich brauchen wir gar nichts von euch. Wäre mal schön, wenn... Wenn mehr Helden kommen. In the mud and rain. So, wir stecken. Ja, wir könnten gar nicht so viel stecken. Aber wir müssen... Wir müssen aber Stress abbauen. Trainer muss mit. Alrik kommt mit. Und Max kommt mit. Und... Grauer Wolf kommt mit. Dann stecken wir Valkyra in die Taverne, ne? So. Die anderen kommen alle mit, oder? Da müssen wir ja... Ansonsten müssten wir ja... Irgend so einen nehmen, den wir gar nicht wollen. Einen Okkultisten vielleicht, oder? Ach so, das ist wieder so ein Okkultist. Ja, den haben wir ja eigentlich schon. Barbarin haben wir auch schon. Oder wir nehmen noch seine Barbarin. Wie sind die drauf? Äh. Besessen von Nahrung. Ist aber nicht sehr schön. Pestdoktor. Eile mit Weile. In erster Runde. Auch nicht so das Wahre. Obwohl so ein Pestdoktor. Na, die ist... Ja, die ist aber... Warum ist denn die nun mal da? Hm. Wollen wir die... Hm. Wollen wir die Pestdoktor noch mitnehmen? Und dafür... Na, wartet mal. Wer müsste denn jetzt noch ins... Kitchen? Nee, ins Kitchen. Grey Wolves. Grey Wolves. Ach so. Da geht nix. Da geht auch nix. Hm. Grey Wolves. Und was ist mit Valkyria? Nur muss er es geben. Kann die irgendwo hin? Ach, die ist schon. Entschuldigung. Ja, ich verstehe. Max braucht nicht. Ja, Alric könnte eventuell wahrscheinlich hier rein. Aber 1500? Sag mal. Wow. 1500 war schon immer so teuer. Obwohl, das ist ein Dreier, ne? Ja, der... Der wird uns fehlen. Der wird uns echt fehlen. Also haben wir dann Max dabei. Joanna. Grey Wolf. Okay. Ciao, ciao für heute.